ja leute da bin ich wieder um ja wir sind wieder in skypeck 2 ich habe gerade die 15 der folgung geladen glaube ich ja aber alles bei mir explodiert ist gerade eben also ich habe mein voraus aufgenommen und im hintergrund hört man vielleicht ganz leise musik die ich sogar kaum macht glaube ich lauter so wenn wir sind tatsächlich lauter machen und ich habe die falsche tastatur wartet aber kurz lauter den so passt also ich hoffe man hat mich trotzdem recht gut weil ja musik ist ja manchmal lauter als die person sagen die sollte ich habe und ich wollte ich habe ich will wie keine bäume mehr haben muss ich mich wieder eingewöhnen ich habe ein paar tage nicht aufgenommen also ich nehme jetzt nur eine folge auf einfach weil ja weil ich keine lust hat mehr aufzunehmen weil sonst habe ich irgendwie keine ahnung zu viele folgen wir haben jetzt mal eine redstone pflanze gemacht leider geil älter sind das wird so habe ich das da reingelegt ich habe ja zu zeiten anderes also privaten anderes modpack da ist auch der tinkers konzert mal drauf aber da ist also richtig und wieder der ist so alt oder was weiß ich aber auf jeden Fall kann man da das werkzeug nicht leveln wir sagen nur für kraft finde ich hallo ich habe hier eine göttliche waffe da göttlich und die da ist naja komfortabel jetzt wird wieder nacht das ist eigentlich sogar gut das ist eigentlich sogar sehr gut das nacht wird wo ist die musikin musik auch kommt die nächste was nicht zu laut ok gut musik läuft was wir machen wollten weiß ich leider nicht das können wir gestohlen bleiben ich hätte aber gern einen verzauberungstisch hätte ich aber wirklich gerne das problem ist ich habe jetzt hier ob sie verbraucht kann man hier leder kann ich hier vielleicht auch was kursenzen kobold leder ok ok schade es geht auch mal zu kann man jeder kriegen in dem man einfach mal das zeug brennt hat dann die kriegt man ein gras hin war hier so gut was man den kann gar nicht ok gut ich weiß halt nur dass man es weit weg bauen muss und dann hat man irgendwann hat man dann eine geile pflanze kür ich habe gerade irgendeinen müll ist hier auch irgendwie wir sterben weil sie die sterben ja geil so naja vielleicht hast du sie mir nicht so ein bisschen aber nur voll schlimm hallo hallo oh danke naja ender i o ok ich öffne mal den bag und ich bekomme wow was bist du überhaupt krass ich verstehe irgendwas so nötiges ich habe einen trank ich habe ein paar items das ist da da na komm das tue ich mal da rein ja hier habe ich gar nichts dafür habe ich da was ich kann dich 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 ne dich nicht dich 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 jo ja der einzige Kopf der in die andere Richtung guckt enderman hat enderman hat geil so es wird auch wieder nacht das ist schon nacht zumindest so haben wir die musik aus die stört irgendwie ja vergessen in teilweise stellen oder ja ich habe das programm geöffnet habe es aber vergessen wie geil so ich nehme eine folge auf weil ich das platzmäßig auf meine festplatte nicht schaffe weil ich habe das weg sowieso schon durch wie was weiß ich was und trotzdem ist meine festplatte überfüllt fast von ganzen aufnahmen so wie viel ich habe drei obsidian vielleicht noch irgendwo obsidian also guckt man das dann alles her obsidian äh äh aus obsidian essenzen wenn ich wenn ich gar nicht einschmelze wenn ich wird ich kann es den kolorieren ja ähm oder ich bin jetzt einmal meine ich bin auch eine geile spitz hat keine geilere wie die ja naja nicht sogar hol ich mal raus habe ich habe ich hier sind das zeug ich schreibe es mal nach was ich dafür brauche ich hätte gerne eine spitzhacke eine pick ex hat und ein tool binding eine pick ex hat das ist das da ok so ähm 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 ich habe glaube ich irgendwie nichts mehr so so ähm so dann so dann dann da mal das da reinlegen habe ich rausgeholt hätte gerne ähm ne aufstehen oder egal kommt schlafen ist nicht besser draußen ist es wieder richtig heiß das heißt ähm ja rausgehen ist gerade keine so gute idee Gefängnisverfahren jetzt sollte ich mal vielleicht mitnehmen irgendwann dich brauche ich dann lege ich ähm dich da rein oder ja da rein obsidian spitzhacken kopf brauche ich noch ähm Windows X da äh kann man brauche ich da auch obsidian oder was ist ja richtig teuer äh so obsidian scherbe ok habe ich dann zwei stück m m m egal kann man reinlegen ich habe da gesehen ich habe da noch im Kopf ich habe da Knochen ich habe das 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 und das lege ich mal um ich lege da rein das 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 an und die da reinlegen und an alle eine spitzhacken bruchte taumium spitzhacken nicht mehr er weg damit und zwar brauche ich 371 okay jetzt noch okay jetzt einmal abbau x4 und fähigkeit xp ob sie auch zwei okay gut ob ich jetzt abbauen eine weile weil ich kann dann eigentlich 1 2 3 4 kann ich schon mal aber machen dann kann ich mir daraus noch ziehen machen euch noch viel und diamanten also das kann auch dauern ein paar tage ein paar jahre ein paar jahrhunderte es gibt sicherlich irgendwie ich weiß ich weiß gerade nicht wie das geht aber man kann irgendwie eine automatische hier von bauwarte autonome aktivierte bräuchte ich wollte zehn kolben tun das kann ich nicht machen was bräuchte 18 10 sind ja habe ich nicht genug es ist ja hier sowieso noch eine weile rumstehen so es kann denke ich mal dauern bis ich da mal genug items habe ich muss gleich gucken ob man hin aus gravel kriegt ich denke mal schon ja so schauen wir nach da du bist da brauchen das heißt ich könnte gut brauche ich mal ab 32 das heißt ich kann es jetzt mal durch jagen ja und wieder dasselbe spiel ich blöcke immer alles und am ende gucken was ich bekommen hat so jetzt mal was essen so jetzt durch jagen dann gucken ob ich jetzt 32 eine angenehme menge an tim bekomme damit ich weiter bauen kann ich hoffe es mal dann brauche ich noch diese eine maschine da die damit ich mir dann an die barren erschmelzen kann mehr aus den ärzenden die barren erschmelzen oder die rüstungen ich habe ja ein paar rüstungen hat es ist da ich habe nicht gesehen was da drin war ich auch mal da ist genug hin irgendwie keine ahnung zehn acht stück oder so schon hoffe ich mal ich hoffe ich krieg hier dann am in der sechzehnten jahr 16 hört sich nach guten mengen oder 14 weil ich habe ja dort durch eine kiste noch zwei stück liegen weiter weil das dauert so lange allein das durchjagen es wird wahrscheinlich wenn das video draußen ist vielleicht ein neues projekt gegeben also der anfang wird vielleicht schon stattgefundene haben ähnlich Plan zurzeit in einem Plan also das heißt gestern kam vorgestern kam das video dass ich ein projekt mache das heißt das video kommt keine ahnung ein paar wochen später so mal gucken Eisenabich ich kann ich kraften nickel kann ich kraften den kann ich kraften das kann ich kraften das ist alles so mal gucken so dass das 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 hat ein Ring kann ich ja nicht anziehen gucken da ach komm ich lasse man da das ding schlägt halt automatisch ändern männer ich hab da schon ne hab ich noch nicht wird noch gemacht die Lara so so jetzt hab ich Aluminium Gravel ähm Iron Ore Gravel so so dann kann ich dicht 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 kann dann drauf 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 und vielleicht ein paar mehr bekommen ja hab ich auch dann kann ich dann nochmal in die Kiste gucken vielleicht habe ich jetzt noch ein paar bisschen mehr crushed Iron mhm crushed Aluminium hab ich da jetzt wirklich nicht drin mit Iron naja bringt mir da nicht viel weil ich kann immer nur 4 verkraften so Iron Sand oder Sand ja jetzt kann ich dann nochmal verkleinern so kann ich da reintun dann das 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 kann ich dann nochmal verhämmern und dann hab ich die Zahl ist leider nicht gewachsen das kann ich da oh das tut das Powdered Iron ich hab Aluminium hab ich dann Iron wird mir nichts bringen Tin oh schade mittel sieht nicht gut aus egal ich renne mal weiter mal gucken wenn ich das dann zusammen craften Dichtern oder das oder das oder das oder das oder das das kann ich dann schmelzen so ich muss dann gucken wie man diese ähm Sterne macht Tin K da gibt es Schmerzen so ich brauche mich schon jetzt gerade ein besonderer Stein ähm das kann ich auch geile Armbrüste machen wie ich sehe kreativen Wirkzeugmodifikator mhm 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 das ist das Potion Launcher Testitem ähm irgendwo irgendwo hier ich hätte draußen irgendwas was wie es wie ein Wolf klingt ähm ähm ich brauche äh Goostisch den brauche ich aus dem da aus dem Mörtel Mörtel dafür brauche ich Ton Sand und Kies Ton Ton sollte ich noch vielleicht irgendwo haben Ton habe ich noch Ton habe ich das alles diesem Essigen Ding da gemacht habe ich auch Ton ich habe da ich habe Ton geil Ton habe ich Kieschen dann fehlt mir das heißt ich darf gleich ähm Erzen gehen äh hier was ab von gehen da wird es vier eisen ein 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 langsam wird es doch das tut man da hin und ich baue weiter ab verdammt 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 die das habe ich vergessen nein Ach du heilige alter das war vielleicht knapp Das war ja richtig schlimm. Ja, geil. So, habe ich jetzt auch ein paar Fackeln. Hier sieht ich übrigens F7. Wow, ich kann eigentlich überall rein theoretisch was spawnen. Will ich aber nicht. Hier spawnen sie sowieso nicht. Get wrecked. So, F7 wieder weg. Dann kann ich dann wieder ein bisschen rumhauen. Ist ja bald Level ab sogar. So, sieht doch ganz gut aus. Und? Ach, noch ein paar. Ja, okay. So, was hat denn das gekriegt? Plus 1 Köpfen. Oder wie? Damit kann man jemanden Köpfen. Plus 1 Köpfen. Okay. Ach so, dass ich dann glaube ich die Köpfe von den Viechern bekomme. Haben sie schon Köpfen 70 oder so. Jo, was ist denn Köpfen? Ja, Köpfen. Ganz hoch. Äh, rollt jetzt ganz schnell das da was dann abhauen. So, vielleicht hat man gerade mit dem Hintergrund der Uhr, ja. Oh, ich hab Obsidian bekommen. Das ist geil. Boah, schusssicher 4, Dornen 1, Atmen 2. Eigentlich schusssicher 4, Dornen ist auch ganz so ganz okay das Zeug. Ähm, ich hab dann Münzen, Gold, hab ich hier im Kopf, hier sowas. Ich hab hier eigentlich die ganzen Massen. So, dann, äh, ich glaub so in den Stand, ich sollte noch irgendwo nicht da. In dem Stand ging glaube ich so, da brauche ich zwei Diamanten. Hab ich sogar noch zwei. Ich glaub da ging so. Jetzt oben noch so ein Buch. Kann ich da auch ein anderes Buch verwenden? Das hier so ein Buch zum Beispiel. Ach hier, ich hab ja noch Tester. Lege ich auch mal unten rein. Ja, ich merke auch selber, dass ich manchmal von mir leiser werde. Das ist doof. Äh, was hab ich denn da? Achievement Book. Hey, wir bräuchten von denen. Warten, ich versuch's jetzt auch mal. So. Kann ich mit Tester? Tester und diesem Buch? Nein. Diesen Buch? Nein, schade. Dann brauch ich, was geht denn das? Ach, ich hab überrasse, ist ja doof. So, so. Ja, mal das Monster. Mach ich das mal so. Dann hab ich ja Monsterjobs ein paar. Nehme ich mal mit. Einmal, oder? Ja. Zwei-, dreimal. Äh, äh, Viermal. Fünfmal. Fünfmal. Echsmal. Und, äh. So. Siebenmal. Krass, äh. Mal ein paar Töten da drin. Boah, wie geil. So, ich hätte denn die Items dahinten. So, mal gucken. Da entlang. Vielleicht da kurz. Und dann abhauen. So, dann kann ich bei den Mobdrops dich, 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 dich. Das dazulegen. Ähm, nebulöses Herz. Das brauche ich doch für irgendwas. Ich hab vergessen für was. Öffne ich mal dich, dich, dich und dich. Ähm, Eimer, Rosen, Buch. Ja, das geht doch. Geil, ey. Geil, oh. Ich hab'n Verzauberungstisch. Den würd' ich mal, ja, keine Ahnung. Hier hinstellen. Ne, da kommt das Lager. Da hinstellen. So. 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 Ich hab' hier schon mal Erde. Ein bisschen. Bis da drin. Aha. Ein Diamant. Uh. Okay. Und. Okay. So, wertvolles. Äh. Dich. Äh. Dich. 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 Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. So. Danke. Ja. Dich. Da unten rein. Dich. 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 Und. Oben rein. Dich. 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 Ich hab'n Bogen. Ohne haltbarkeit. 1. Wow. Wow. Ja. Ja. Ja klar. Komm'n von hinten. Ich sterbe mir am Ende sterbe ich. Meistens sterbe ich am Ende. Es gibt's auch gar nicht. Schaffe ich das nur. Oh. Ich hab' auch ne Prompt. Ich hab' gar nichts getan. Ach ja. Und ich hab' meinen Namen geändert. Und meine Kraft. Hier. Da geht ja zufällig. Und ich dachte mir komm. Mein alter Kanal hieß so. Das heißt ich. das heißt ich heiß' jetzt anders. Alter. Oh. Hab' ich mich erschrocken. So. Ich lass' dich. Weißt du was? Blumen hast du? Ich hab' dich. So. Ich hab' noch so'n Enderman, EU, Head, was weiß' ich was. Und wir sehen uns denk' ich mal beim nächsten Mal wieder. Äh. Tschüss.